Modezirkus! Modezirkus! Ingenieur, er rein spaziert, meine Damen und Herren. Hier gibt's ein Müsseband wie keine Kind. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, erleben Sie doch ab morgen die Welt vom Modezirkus und zwar in Ihrem Coopwarehaus. Da ist allerhand los. Schauen Sie daheim einfach im Briefkasten auf den Prospekt. Darauf steht nämlich Ihre ganz persönliche Glücksnummer. Interessant! 2500 Logenplätze sind zu gewinnen und eine ganze Woche unterwegs sind mit dem Zirkus Knie. Und an die Kinder haben wir selbstverständlich auch gedacht. Da ist ein grosser, schöner Ausmalbogen. Da könnt ihr mich malen. Der Pipo vom Zirkus Knie. Und zu gewinnen sind 850 Logenplätze für Knie-Kindervorstellungen. Und für jedes Kind, das diesen Ausmalbogen zurückbringt, gibt's... ein Lebenkuch! Ein Lebenkuch! Ein Lebenkuch! Ein Lebenkuch! Ein Lebenkuch! Ein Lebenkuch! ein Lebenkuchen! 構 Alanis a Erein spaziert, meine Damen und Herren, in dem Modenzirkus der Cobb-Feinhauser. Interessant! Und jetzt kommen wir zu weiteren Cobb-Aktualitäten dieser Woche. Morgen Morgen am 9 Uhr geht in Rheinfelden das vergrösserte Cobb-Center auf mit einer topmodernen Hausbäckerei. Die Eröffnung ist ein grosses Frühlingsfest. Bei Cobb gibt es jetzt tolle Kinderkleider, tragbar für jedes Familienbudget. Techstar Blue Jeans aus 100% Baumwolle mit Gürteln und für die Kleinsten die glatten Latzhosen. Oder die originellen Sweatshirts und Pullover für die Mädchen und die Jungs ebenfalls aus Baumwolle. Die originellen Kinderkleider gibt es jetzt in allen Cobb-Center und Cobb-Warenhäusern. Bei Cobb finden Sie bewährte Markenprodukte für eine zeitgemässige Mund- und Zahnhygiene. Odol Mundwasser für die Pflege von Mund und Hals. Terra MD Zahncreme gegen Zahnbelage. Mentadent C entfernt wirkungsvoll die Plagg. Colgate Fluor plus Mineral schützt vor Karies. Dentalux Zahnbürste empfohlen von Universitätskliniken. Und Tirol, der zuckerlose Kaugummi Mixylit. Und jetzt schauen wir, wie jeden Mittwoch in die Töpfe von unserem Rezept der Woche. Grüezi miteinander. Ein pfiffiges Alltagsrezept ist das hier. Servalat Goulash mit Haartöpfel. Hier sehen Sie die einfachen Zutaten für vier Personen. Drei Bar Servalat, 500 Gramm Haartöpfel, 150 Gramm Zeebeln, 100 Gramm Lauch und zwei Esslöffel Paprika. Und so gehen wir vor. Zeebeln und Lauch in feine Streifen geschnitten, die wir im Pflanzenfett andenken. Paprika dazu und kurz mit dämpfen. Jetzt kommen die Haartöpfel dazu. Beides haben wir in zwei Zentimetergrosse Würfel geschnitten. Mit Bouillon ablöschen. Wenig Salze. Und dann 20 bis 30 Minuten zudeckt zu kochen. Das rassige Rezept Servalat Goulash mit Haartöpfel finden Sie wie gewohnt in der Grobzeitung dieser Woche. E guten. So, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Und danken, dass Sie für uns Zeit gehabt haben. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP 400 Gramm Goldstahl Rahm Glacé Vanille für nur 1,95 Gramm. Zwei Büchse an 125 Gramm Portugiesische Sardinen Marie Elisabeth für nur 2,40 Gramm. Zwei Büchse an 200 Gramm Weissen Ton Ocean Fresh für nur 4,40 Gramm. Drei verschiedene Rosenstöcke für Ihren Garten für nur 6,90 Gramm. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Ein Aprikosencake an 330 Gramm statt 4,20 Gramm nur 3,20 Gramm. Golden Delicious Apfel per Kilo nur 2 Franken. Da noch der aktuelle Preislager. Bei GOP gibt es jetzt zwei Packungen an zwei Rollenküchenpapier in Düsselqualität für nur 3,60 Gramm. Auf Wiedersehen!